Alter, dieser Igel, ey, dieses Geräusch, dieses Quieken, squeaken, nicht quieken, wobei quieken ist es, ey, fickt. I don't know. Live, yeah! Hast du diese Spinnen? Die sind so scheiße. Ja, ich weiß doch, aber was soll ich machen? Hallo, ich bin Grün. Das ist das einzige, was mich ausmacht. Ich bin Squawks, der prima Papagei. Und ich kann komische Pokerus-Eier schießen. Eigentlich habe ich es schon geschafft hier. Ja, Pokerus ist eine Krankheit bei Pokémon und ich werde langsam auch krank. Also, es fängt langsam an, ne? Jetzt fängt es doch langsam an wieder mit den Bullshit Moves hier. Weißt du, kaum ist Squawks da. Kaum ist Squawks da, denkt sich das Spiel wieder, ja, wir müssen uns zu alten Wurzeln zurück. Sproks ist gleich. You're gonna be here for a while. Das ist richtig. War das nicht richtig? War das nicht richtig? War das nicht richtig englische Grammatik? Weiß ich nicht. So, nochmal bitte. Ah, Mann, dieses blöde Spinnen. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein Leben ab. Wir haben schon wieder genug verloren. Wobei, also ich bin bei 13 Stück. Das ist nicht sogar höchststern bisher. Aus irgendeinem Grund. Ich bin nicht. Das ist immer noch alles sehr gut. Ich fliege genau in den selben Gegnern. Ich hab's lustig, weil sie auch kurz vorher noch geahnt. Moment mal, man hat ja nicht was. Und trotzdem passiert das. Jetzt bin ich aber auch da weitergekommen. Soweit waren wir noch nie Fortschritts? Fortschritts? Fragezeichen? Ey, legt mich doch im Arsch. Was ist denn das für ein Level bitte? Das mag ich überhaupt nicht, dieses Level. Dieses... What the fuck? Okay, ich hoffe, ich fliege nach oben geradeaus. Danke. Wir sind bei der Hälfte gerade, Ernst. Dann muss ich mal lauter werden. Dann werde ich in der Nachbarn nur wieder runterdrehen müssen. Ich bin bei der Hälfte. Gut. Wie das gerade aussah, wenn das Fass kaputt geht, und er trotzdem noch diese Animation hat, dass er das in der Hand hält. Das sah gerade mega merkwürdig aus. Äh, was? Achso, okay. Dann rufe ich. Ah, Mann. Gut, so langsam möchte ich ehrlich gesagt Gas geben, denn wir sind etwas lange schon hier. Langsam bin ich überdrüssig, was das hier ist. Können wir da durchfliegen können für den Nehmen? Ne, so irgendwie. Oder was? Achso. Ne, 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 muss noch weiter. Sagst du auch so, wenn wir Sachen klar wären und jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Ist das sowas tolles? Ne, 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 ne. Ich helfe es so sehr. Guck, nää. ich bin alarmiert dass hier komische dinge passieren ungemütlich wo muss ich jetzt sind muss ich unter oder wo muss ich lang scheiße ich weiß mich hin muss nicht dass ich sogar so dass ich damals auch genau hatte ja hier passiert nicht allerhand kuriose ich fliege mal runter weil das so was von das sequel aus zwei leben nehme ich nur doof dass ich jetzt wieder mit einem ab unterwegs bin jetzt trotzdem hallo ich will hier runter sind genug für weiteres leben haben wir jetzt leben schon probleme haben wir uns einige leben gut aber jetzt bin ich ungefähr vorbereitet das muss dann weiter hin zum an dem ich verstehe heute war hier im geheimnis gefunden dann ich bin so lost man so hier rein das jetzt immer abpassen was hier los ist war das jetzt musste man jetzt genau jetzt springt das hat nach rechts und ich muss kurz feuer rüber hier genau wo ist das fass was kommt hier gleich auf mich zu der igel na gut ich will das nicht noch mal machen ich will das auf keinen fall noch mal machen kann das jetzt bitte langsam vorbei sein es kommt jetzt hier ich bin super langsam als ich bitte da links ist wieder ein wofür 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 schweres atmen ich bin noch nicht durch hiermit ich sehe das ende und das war es tatsächlich auch gut ich freue mich da links ist noch ein da rechts weil ich da rechts ist noch ein ausgang ja keine ahnung man da noch was finden können ich habe aber ich habe mir auch so bezeichnet habe ich auch diesen die kämen sind gefunden weil ich so lange drin war das ist jetzt auch wieder so ein das ist mir jetzt was zu dem ich weiß nicht so schnell weil wusste ich nicht nur unter die nasa rein dass du da so geil drin bist bobbing barrel brawl brawl klingt nach bosskampf nein brawl ist ein normales denn wir sind noch nicht so weit vorangeschritten im welt 2 demnach und da hätte ich eigentlich gerne auf das fette ding da oben drauf geschmissen aber ich wollte nicht mit er die wieder rumrennen dann tritt ich mag ich nicht doch doch ist gut aber ich hab das gefühl ich werde mit ihr einige probleme haben immer wieder gut also sie kann wohl wasser muss ich jetzt hier machen lr ich weiß nicht was meine taste weil man kann so ins wasser rein und dann ok gut haben wir das auch rausgefunden left trigger ist das ich mag wie ich sogar bei dem lr fast right gesagt hätte statt left was ist das jetzt für eine situation wie komme ich da hin ich glaube ich habe dann alles geskippt dafür ja ist egal warte ich nicht weiß es macht mich nicht heiß und da habe ich gerade nicht die richtige taste gefunden um das zu machen ja genau kommt noch eins jetzt kommt noch eins ich bin noch nicht so weit im level des lg ich war stark davon aus dass das im mittels fast noch eine weile auf sich warten lassen wird was ungünstig ist ja vor allem bei dem zeugt man sich da gerade performen aber hey es kommt wieder ein pass was was wieso landet das so weit immer muss ich das loslassen dass das nicht so komisch da rein ist ich kann nicht irgendwie kann ich das einfach so loslassen ach so ich muss mich einfach nur hinstehen nein jetzt werde ich einfach nur so lieb hä ok elli was auch immer wir sind noch nicht das stärkste eingespielte team aber alles wird schon irgendwie mal werden ich habe mich fast davon treffen lassen zum glück die hälfte jetzt bin ich glücklich jetzt kann ich auch fast wieder eingetroffen werden und mich nicht beschweren das ist cute wie wir hier plant das mag ich bis man etwas dumm was fand aber ja das war mein fehler der kann es nichts für wie mache ich jetzt mit schießen was ist das weiß gar nichts ok hä bitte abgerutscht ich habe es nicht gesehen ok ich habe kein boring gelesen also boring ist das wäre wir jetzt nicht vom 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 des das 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 mir nicht dass ich die Fässer so da drin, dass ich das gut schaffe. Das ist irgendwie nicht hin, so. Schade. Elefantastisch. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Muss ich so schießen? Hä? Ah! Man kann auch nach schräg oben schießen. Das erklärt das. Und ich habe kein Wasser mehr drin. Wie war das? So, klappt das. Ich habe dafür damals länger gebraucht. Aber hier kann ich einfach reinspringen, oder? Kann ich denn rein? Nee. Als Elefant komme ich da nicht hin, oder was? Das heißt, ich muss wieder zurück, wenn ich die Affen bin, oder was? Lol. Was war das denn, oder? Nee, Moment. Kann ich, wenn ich das... Nee, das wird es nicht sein, oder? Nee, dann verliere ich das Fass wieder. Ich dachte, wenn ich das Fass sauber bin, dann komme ich runter, oder so. Wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß nicht, wie ich das Fass da genau reinwerfen muss. Das ist mein Problem. Es ist da eins. Oh Mann, wie macht man das denn mit den Fässern hier? So, das bedarf etwas Übungen immer von mir, bis ich das raus habe, oder, ne? Ich muss wieder schräg schießen, ne? Ja, genau. Kann ich auch bequem abballern, das Ding. Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Nee, Moment. Sau. Oh nein. Nein! Ah ja, okay. Was soll das mit den Bananen... Ich werde da nicht so hinspringen. Jonas, hast du... Juhu! Es tritt sich die ganze Lärmung nur so. Ich kann nichts machen. Aua, ich werde verlieren. Ich bin wieder direkt so... Äh, pessimistisch. Nein, wenn ich nicht... Die Frage ist jetzt, wie gesagt, muss ich... Ich werde es nicht machen. Wir wissen nämlich, dass es da ist. Dann kann ich das später einfach so mitnehmen. Warum soll ich mir jetzt... Warum soll ich das jetzt riskieren? Warum soll ich das jetzt machen? Auf keinen Fall mache ich das jetzt. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt...